Weil über die Feiertage wieder hinkamen und dann sollte es im Januar fertig sein und die passten schon nicht mehr. Dann kamen die und dann passten die schon nicht mehr, weil er erstens sich zugenommen hatte und weil es nicht so schlimm war. Jetzt machen wir wieder neue. Ja, ich weiß, das ist merkwürdig, aber ich muss noch mal gucken. Schimpf mal, nicht so extrem, das schlimm ist mir. Ich auch. Oh, jetzt mach ich mal mit dir was. Oh, der ist ja schwer, der Kopf. Johann, ist es schwer? Wunderschwer ist der, ne? Komm her. Der ist ja ganz schwer. Ja, der ist ja sehr schwer. Ja, ich weiß, das muss man da sagen. Jetzt können wir mal nochessen. Das haben wir gar nicht ausprobiert, wissen wir gar nicht. Das hat er noch nicht, aber die versuchen immer so etwas aus. Mama, stimmt mal nicht so derart mit uns hier. Das ist gar nicht genau. Nee, kann man nach vorne.